Oder talk to them all, passt auch, ist auch sowas in der Richtung. Weil wir müssen ja mit ihnen reden. Achso, ich dachte, dass wir ihnen gerade kisten, die ich aufmachen könnte. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas kommt mir an diesem Flur komisch vor. Im Moment können wir hier nichts tun. Versuchen wir es anderswo. Okay. Ich will da durch. Dann vorbei. Du Kleiner. Dann halt so. Ähm, Persona. Kann einer Ausfall tarunda. Seng drei Runden lang den Angriff eines Gegners. Guck'n wir mal. Leichter körperlicher Schaden. Ich verstehe. Uh, alles klar. Ähm, zack. Nochmal. Und der ist jetzt tot. So, reden wir mal. Ähm. Gib mir deine Kraft. Ne? Dann lass uns reden, yo. Wenn wir auf einer Wellenlänge sind, dann denke ich drüber nach, yo. Du kommst damit nicht ungestraft davon, yo. Ich bin ein hochberühmter Schatten, weißt du? Meine Fans werden nicht das... Werden nicht das nicht... Meine Fans werden nicht das nicht einfach hinnehmen. Ist der Satz so korrekt? Äh. Fans? Hast du Fans? Nein, oder? Ich warte, du bist jetzt neidisch, yo. Das ist Gehunug. Das wusste ich von Anfang an. Das ist alles fürs Fernsehen. Wo ist die Kahamera? Den Sprachwider kann ich nicht einfach nicht fassen. Wow, kein... Was soll das jetzt? Das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit. Dann kann ich nicht bei einer Verwarnung belassen, yo. Willst du mich etwa reizen? Dann stirbst du, yo. Okay, sie wollen es nicht anders. Ja, äh, sorry, Darn. Einfach erschossen. Ihr verwirrt mich gerade ein kleines bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Silberdolch. Was für eine Punktzeit, Joker. Warum probierst du es nicht aus? Zeit für etwas Abwechslung. Ist das jetzt direkt ausgerüstet worden? Jo, ist es. Sehr gut. Wow, wow. Wow. Wie Gott gesehen. Ich wollte mich spontan hinter der Tür verstecken. Das hat aber nicht funktioniert. Wir verwirren dich nicht, kein... Ich block dich gleich, MD. Boah, heftig. Alter, dieser Schaden. Der ist... Der war krass. Der war krass. Also... Looking cool, Joker. Looking cool, Joker. Oh. Zack. Äh, nee, Quatsch. Ich will... Nee, doch. Wollen wir dir. Und er halt sich erst mal selber. Und Waffe. Keine Munizien mehr. Dann kann ich... Das wird wahrscheinlich nichts machen. Shit. Resistenz. Hör auf zu heilen. Das macht man nicht. Äh, er hat auch keinen Schuss mehr. Er hat... Er hat... Hold up. Ähm... Echtiger Angriff. Gib mir deine Kraft. Wir haben dich ja schon. So, jetzt bekommt die Pixie etwas Erfahrung. Persona get XP. Pixie gewinnt EP. Yeah. Yeah. Ihr seid durch. Ihr seid komplett durch. Alright. Na, endlich. Ähm... Und zack. Ich hab gehofft, dass das noch Schwäche gibt. Aber war nicht. Leider. Pflanzenbalsam. Da, ba, da, 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 da. Boah. 55% Ähm... Erfassung. Wie auch immer. Nicht schlecht. Uh. Oh, eine weitere Nebula ist aus dir in der Tür. Das ist das Ding... Ähm... Wie ist es doch gleich? Ein Schutzraum. Wir können unsere Strategie drinnen besprechen. Hier gibt es viele Orte, die selbst ich nicht kenne. Das ist das Ort von früher. Was ist mit dieser App? Ich hab nur gesagt, das Wort Sakamoto gesagt, und ich endete... Prinzess? Hä? Prinzess! Ah! Es sind noch mehr Schäden hier, als vorher? Envy. Der Kopf ist auf dem Top. Kopf ist auch top. Also... Der Kopf ist nicht irgendwo an der Knie, am Knie, also... Stimmt schon, was Brody sagt. Wobei, ihr könnt beide meinetwegen recht haben. Es ist alles, weil ihr euch kammt Kamoshida, ihr wisst. Aber trotzdem... Er scheint, dass er sehr auf dem Garten sein wird. Aber trotzdem, wie müssen wir das Schäden schäden? Nicht so viel Schäden. Erstmal, wir müssen eine Schäden schäden. A... was? Ein Weg zum Schäden. Aber ehrlich gesagt, ich denke, wir brauchen ein bisschen mehr Mannpower in order to accomplish das. Auf jeden Fall, eine andere Person wäre schön. Hey, du sagst, dass du nicht deine Erinnerungen hast, aber... Du wirst du immer noch wissen, was diese Art? Ziemlich verdächtig. Ich glaube an Mona. Codename bitte. Oh crap sorry what was I again oh yeah skull this is bad that was fast your friend lady on she's been taken by shadows wait what we sent her home earlier if lady on does indeed have the app it could be possible oh no don't tell me you got put on hers just like mine verdammt wir haben keine zeitweine pause wir müssen uns beeilen und sie retten let's do it aber erstmal speichern speichern abgeschlossen folgt mir ich geh voran sie ist direkt hinter diesem ort der aussieht wie ein speisesaal gehen wir joker man ich wollte aber noch da lang gehen lass mich da durch oh das gefällt dir an gar nicht was da grad mit ihr passiert was auch immer mit ihr passiert ich bin soweit okay gehen wir ein ich bin Ich glaube, dass du meine Annen für jemanden wie sie verletzt hast. Hahaha. Bist du Angst? Was ist diese Outfit? Hast du dein Geist? Ich mache das, was ich bitte hier. Nach allem, das ist mein Kastel. Der Welt von meinen Geist. Was ist das? Warte... Ist das ein... Red Light District? Was ist ein Leidiger Schlag. Das ist nicht lustig. Enough von der Bullshit, Kamoshita. Die Mädchen haben mich entschieden, erzählen. Was denkst du davon? Sprecher zurück ist, wie... ...totally unvergibbar. In diesem Fall... ... sie sollte sich verletzt werden. Das war's. 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 Das ist ein Scheiß-Toi mit mir. Was habe ich mir gedacht? Wie ich immer sagen, Slaven sollten einfach nur reagieren und... Shut up! Ich habe genug von diesem. Du wirst mich auf, du sonnige Bitch! Mein... Es dauert viel zu lange. Sag mir, wer wird ihn abhängen, wenn du nicht? Entschuldigung ihn, war nie die Möglichkeit. Das ist das Schreie der anderen Menschen mit mir. Ich bin du. Du bist du. Du bist du. Wir können endlich ein Konzert. Ich höre dich, Carmen. Du bist richtig! Ich bin nicht mehr. Du bist nicht mehr. Du bist nicht. Nichts kann sich durchführen, wenn du dich nicht verstehst. Entschuldigung? Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. abhängig. Du hast dich HASX die Regel. Jetzt ist jetzt deinem Daumen. Ich werde dich nichtFC partirIC! Wie will ich dich jetzt doofen! Wie swegen Sie sich éléments utzuhören?! Das ist der erste wirklich merkwürdige Gegner. Gut, ähm, Schusswaffe. Schießt mir den erstmal kaputt. Ähm, Tarsenk dran, Angriff des Gegners. Machen wir mal. Angriff verringert. So, ähm, wir hauen dann noch Garo rein. Da ist er resistent gegen, alles klar. Und wie sieht's mit Zio aus? Da ist er auch resistent. Uff. Shoot. Oh, er kann sich gegenheilen, alles klar. Ähm, Persona Agile. Leichte Feierstabend beim Gegner, Schuss. Versuchen wir mal. Oh, sehr gut. Und. Gehen mal mit ihm. Gib mir deine Kraft. Das ist doch blöd. Warum reden wir überhaupt? Alles klar, der will jetzt nicht. Dann den mächtigen Angriff. 116. Ähm. Tarun da hat nichts gebracht. Gleich erkörperlich das nochmal an den Gegner. Ähm. Zio hat nichts. Äha. Versuchen wir uns mal auch mit Äha. Klingt auch kein Ding in Schaden, alles klar. Er ist wieder da. Er hat noch drei Schuss und das war's. Wow, Rhodey. Neuer Skill. Hell yeah. Ausfall. Patra. Oh, Andy, ey. Heute macht er seinen Namen alle Ehre, ne? Hey, ey. Warum hast du hier gekommen, Mann? Und mehr importantly, wie? Hey, ist das, wie du mit einer Frau sprechst? Sind du alles klar, Frau Janne? Lady on? Wait, what is this thing? Is it alive? How can it talk? And where in the world are we? Just calm down. Everything's going to be okay. Don't worry. How am I supposed to calm down? Pff. Huh? Why am I dressed like this? When did I? What's with this? Beruhige dich. Du siehst super aus. What are you talking about? What the hell are you thinking? Pff. Pff. Well, I'm stumped. A search party will be coming for us soon. There's no time to explain. We don't have a choice. Let's retreat for now. We were just getting fired up and you had to go and get in the way. Duh. Fine. Here, give me your arm. You take the other side. Thanks. Looks like we made it back. Hey, are you okay? Well, pretty much. Wait, I lied. I'm still confused about all of this. You may be safe now, but a lot sure did happen back there. At any rate, we stand out too much here. Let's relocate to a safer spot. Which one do you want? Whichever's not carbonated. Uh, they're both actually. Then... Here you go. What about me? Huh? But you're a cat. Have you calmed down, Lady Owen? Um, Morgana, right? I really am talking to a cat. This feels so strange. Oh, sorry. You're not a cat, right? It's only natural that you're confused. Demanding that you understand all of this right after what you went through is asking too much. Es ist einfacher, mit einer Katze zu reden, als man denkt. Wenn man weiß, wie Katzen funktionieren. So, if what you told me is true, we can make Kamoshida have a change of heart, right? Is it really possible? Can we actually force him to confess his crimes? If guys like us try and complain, they're just gonna shoot us down. Going all in on this plan is the only choice we got. Then let me help, too. I want to make him pay for what happened to Shiho. He just keeps going like nothing happened. Even after what he did to her. I'll never forgive him. Wait, did you just say, let me help? You mean you want us to take you along? Don't act like I'm going to drag you down. Weren't you watching? I can fight too. Hey, what should we do? Sie macht das sicher super. Das wird schon irgendwie, das wird gefährlich. Ach, sie macht das super. I agree as well. We are lacking in manpower after all. Don't worry. I'll protect her. Even if you said no, I'd just go in alone. Ah, right. She can go by herself. I guess it'd be more dangerous turning her down. Ah. Fine. Then it's decided. Well, I hope we get along. I'm going to make Kamoshida a tone for what he did. Not just for Shiho's sake. But for everything he's done. I won't let any more people suffer because of him. I'll do whatever it takes. Ich spüre einen starken Kampfgeist bei Arne. A group like yours must have relied on subtlety and misdirection. Otherwise, you'd never survive. Some of you might even have been hiding behind a public face their entire lives. If you're listening, then answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the lovers persona, I have obtained the wings of blessing that shall lead to freedom and new power. I am sorry. Yeah. Rhodey. Vertrauter. An Takamaki. Arcana. Liebende. Rang 1. Okay. Diffusion von Personas des liebenden Arcana gewährt jetzt EP durch Arcana Schub. Okay. The pleasure is all mine, Lady Anne. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. She cares about her friends and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Dude. Arcana ist verliebt. It's better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. A hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. For the time being, that will make the perfect hideout. I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. This is all you. There's no way I can at my place. The train will be a nice dude. Well, we now have a hideout, so let's meet there tomorrow. Okay. Let's go look at my new residence for this world. Das Doch der Schuhstinn-Akademie ist ab jetzt euer Versteck. Stay upstairs, while we're open for business. Ist ja gut, Punkrock-Frau. Na schön, wir können hier jetzt speichern. Das werden wir jetzt auch tun. Und dann würde ich langsam aber sicher doch den Stream an der Stelle beenden wollen. Beziehungsweise auch natürlich die Aufnahme. Das war euer Keanu mit Let's Play Persona 5. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.